servus glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren folge taktik fuchs ja leute diesmal zum spiel zu hause in den vfl bochum ich zeige euch jetzt hier nur meine aufstellung meine vorhersage wie die aufstellung sein wird die wird genauso sein wie gegen manchester united sollte sich da irgendwas ändern und es sollte doch ein teil spielen oder ein delirt habe ich schon in der pressekonferenz re-action gesagt dann werde ich alle meine hüte ziehen ich erwarte es nicht gut wie wäre meine aufstellung ja das relativ einfach oder hinten habe ich vorne da müssen wir nicht drüber reden da bleibe ich knallhart bei bei mir würde die durchspielen mit upa zusammen gründe habe ich mehr als einmal gesagt aber ich kann es auch gerne nochmal wiederholen für die leute die vielleicht neu hier sind für mich fehlt uns ein abwehrchef deswegen kriegen wir so komische gegentore wie gegen manchester united und ich hätte da gerne ein abwehrchef der die abwehr koordiniert und da sehe ich die licht ganz weit vorne und von daher wird er bei mir auflaufen davis fand ich okay von der von der leistung gegen manchester würde ich auch anfangen lassen ich weiß nicht wie weit guerrero schon ist ansonsten wäre er natürlich erster ersatz ansonsten würde ich ihn mal zur ruhe bringen als rechten verteidiger ja einfach um ihn mal wieder zu sehen bochum ist jetzt auch nicht der übergegner ich denke da kann er performen da kann er wieder ein bisschen rhythmus finden ja und noch mal er war unterm nagelsmann so bärenstark sollte immer sollte man ihm mal ein bisschen mehr vertrauen entgegen bringen dass er vielleicht dann auch mal rein findet wenn er natürlich keine leistung bringt ja dann ist er halt dann wechselt man halt zur halbzeit aus was das problem dafür haben wir doch diesen kader ja sané ist natürlich gesetzt weil einfach in einer sehr sehr guten form ich würde ihn auch erst mal auf der rechten seite belassen ich erwarte dann aber seitenwechsel natürlich musiala wären stark gegen manchester united links wer hätte es nur für möglich gehalten würde bei mir ganz klar tell auflaufen ein knabry command auch nicht command würde ich als erste einwechseloption bringen sowohl für tell als auch für sané wenn da einer irgendwie schwächen sollte oder nicht mehr kann gerade so ein sané hat 90 minuten durchgespielt ja könnte man dann halt auch mal ein bisschen frühzeitiger auswechseln und ansonsten ja wir haben knabry den ich an vierter position sehe wenn ich an fünfter position auf unserer außen ich würde sogar noch vorziehen aber das ist nur meine persönliche meine kuretzka hat mir richtig gut gefallen gegen manchester united und ich würde den leimann dazu bringen auch beide ruhig als doppel sechs acht wie auch immer ihr das sehen möchtet bei mir wäre ein kimmich jetzt hat einfach mal auf der bank zum start und sollte hier einer von den beiden schwächeln kann man mich immer noch bringen nach 60 minuten oder 70 minuten ist doch völlig okay wie es tuchel gesagt hat ja wir haben doch den licht auch die einsätze gegeben auf der sechster position im mittelfeld dann kann man den kimmich die einsätze doch auch geben für fünf sechs minuten schon eine freche aussage ja aber das wäre meine startformation ganz klar müssen wir nicht drum herum reden müller natürlich der erste ersatz hier vorne ja wenn man sieht muss er hat keinen guten tag oder ist platt durch schämmel sieg weil davor noch ein bisschen verletzt und so weiter wird mittig auf jeden fall der müller die erste wahl sein außen egal ob links oder rechts für mich ganz klar koma von tell und sané erwarte ich auch dass die seiten gewechselt werden ja man mal fünf minuten über die seite kommt oder zehn minuten so dass ein heavy canard auch mal eine flanke erwarten kann ja und nicht nur irgendwie in der luft hängt ja das wäre meine aufstellung ähm nochmal die lucht für mich ist der abwäsche wäre für mich gesetzt ja klar würde er keinerlei leistung bringen oder sowas ja da müssen wir nicht darüber rumreden da müsstest du ihn halt rausnehmen aber erstens konnte er das noch nicht zeigen und tuchel hat es ja auch während der pressekonferenz gesagt dem ist nicht so er ist hundert prozent er ist voll da ähm es werden die ihn verteidiger einfach selten gewechselt und deswegen hat er bisher keine spielzeit also von daher wäre bei mir eine Startaufstellung man zu ruhig ganz klar Conny Leimer war komplett überfordert ja gut kann jetzt sein er hat einen schlechten Tag gehabt es kann sein weil Manchester United natürlich auch eine gewisse Qualität hat weiß jetzt nicht wie es bei Bochum ausschaut ähm über die Flügel ähm ja aber wir haben einen rechten Verteidiger ja warum werden wir einen rechten Verteidiger haben warum lassen wir keinen rechten Verteidiger als rechten Verteidiger spielen ich meine es war jetzt nicht so gewesen dass er bisher super schlecht war ähm klar war es jetzt auch nicht so dass er super überzeugend war aber ich denke gerade dann gegen so einen Gegner kann man ihm da mal die Chance geben und mal sehen welche Einstellung er an den Tag legt und wie er Bock hat und wenn das passt ja dann empfiehlt er sich vielleicht für mehr und wenn es nicht passt ja gut dann hast du immer noch einen Kimmich den du da einwechseln kannst ist doch gar kein Problem ähm ja über Sané muss ja da um Kay wollen wir nicht reden die vormstärksten Spieler da vorne und ich würde ein Tell auf jeden Fall jetzt ähm er hat sich mehr als verdient in den letzten Spielen ich würde das jetzt hier auch nochmal wiederholen weil nicht jeder erstmal hat nicht jeder den Kanal abonniert und nicht jeder sieht dieses Video und gleichzeitig das Pressekonferenz Video deswegen erkläre ich das hier nochmal auch wenn ich mich wiederhole ähm für mich persönlich und auch als Fan ist es ja für uns Fans ist es ja schöner wenn wir sagen können komm wir stellen die beste Mannschaft auf die am vormstärksten ist die macht dann 60 Minuten Attacke und wir spielen zu Hause und es ist der VfL Bochum nichts gegen den VfL Bochum ja mal eine zweite große Zunadigung was den Fußball betrifft aber für Bochum geht es äh um den Klassenerhalt so wir sind der FC Bayern München wir können uns nicht dahin setzen wie sie Tuchel tut und sagen wir müssen uns am VfL Bochum orientieren nein der VfL Bochum muss ja an uns orientieren wir müssen rausgehen wir müssen unser Spiel durchdrücken wo wir gerade nicht wissen welcher Spielstil das ist das kann der Thomas Tuchel uns mal erklären aber da müssen die vormstärksten Spieler spielen und da muss ein Tell spielen Punkt das ist doch schöner wenn das Spiel dann nach 60 Minuten durch ist weil es 3-0 oder 4-0 steht dann kannst du ja gerne anfangen die Spieler auszuwechseln und den anderen Spielern die Chance zu geben ist ja völlig legitim aber ein Thomas Tuchel argumentieren geht so nein ich bringe einen Tell nicht damit ich ihn als Waffe habe damit er dann die letzten 10 15 vielleicht auch mal 20 Minuten kommen kann weil er nochmal einen großen Impact aufspiel hat und weil er vielleicht das Spiel nochmal drehen kann ja legitim gegen was weiß ich Leverkusen sonst irgendwie einen starken Gegner könnte man das Argument sogar gelten lassen dass man sagt ja da haben wir nochmal einen der gibt nochmal richtig Bums rein aber hallo wir spielen gegen den VfL Bochum da können wir jetzt ja wohl nicht unser Anspruch sein dass wir sagen zur 70. Minute liegen wir 2-1 hinten oder es steht 2-2 oder 0-0 und wir brauchen jetzt nochmal den riesen Impact so da hat der Anspruch zu sein es steht zur 60. Minute 3-0 oder 4-0 und Feierabend ja oder 3-1 ist auch gar nicht despektierlich oder abwertend gegenüber dem VfL Bochum gemeint ähm aber was sind das für Aussagen letzte Saison war noch die Aussage zum Thema Tell ja er muss schon dann auch in dem Spiel wo er dann die Chance bekommt muss er dann auch eine Torbeteiligung vorweisen dann spielt er nächstes Mal eine Startelf das war die Aussage als Thomas Tuchels letzte Saison ja und jetzt kriegen wir diese Aussagen er hat eine kleine Hintertür aufgelassen in der Pressekonferenz es würde mich überraschen ich würde es sehr begrüßen es wäre der verdiente Lohn ähm und weil immer viele argumentieren ja der Tell und dann kriegen sie einen großen Gegner oder starken Gegner äh lol einfach lol an euch ja also er hat es gegen Leverkusen er hat es gegen Manchester gezeigt äh so und wenn er dann in der Startelf steht ist es zu viel oder was ähm ähm diese Ausreden und dann war der Vergleich ja auch immer ähm ja beim Super Cup ähm da war da auch zu viel Druck weil er die beiden Dinger nicht gemacht hatte die er hatte erst mal hatte er die ja man darf aber auch nicht vergessen er war als Neuner auf dem Platz es war kein Heavy Kane auf dem Platz der der Spieler ist der den Druck hat und der den Druck von den anderen wegnimmt was soll Tell für einen Druck haben so er steht in der Startformation entweder ähm macht er ein gutes Spiel oder macht kein gutes Spiel aber dann hat er noch die Chance gekriegt und alle Spieler im Kader sehen dann auch immer jau wenn ich halt mal so drei vier Power-Einsätze zeige und Gas gebe eher dann spiele ich auch von Anfang an was ist das denn für ein Zeichen wenn ich sehe ja ich knall mich rein ich geb Vollgas ja super dann hast du die Rolle jetzt immer jetzt bist du immer unser Notnager wenn es mal nicht läuft dann kriegst du nochmal die 20 Minuten was ist das denn für ein Zeichen an die Mannschaft Alter stelle die Leute auf die die beste Form haben die wollen und Feierabend so ja und nicht immer alles am Alter fest machen der ist jetzt 18 das geht so nicht und was ein Dünnschiss Alter aber auch nur meine Meinung ja und ja vielleicht würde er aufgestellt werden und ja dann vergibt er drei große Dinger ja dann ist das so mein Gott dafür ist er halt 18 ja da kann das passieren aber guckt euch einen Gnabry an der 60 Minuten nicht zugegen ist wenn er spielt also was soll da schlechter sein ja Denkentel wird sich die Chancen erarbeiten die sich einen Gnabry halt nicht erarbeitet aber auch nur meine Meinung ähm ich bin sehr gespannt das wäre meine Aufstellung ich würde Kimmich einfach mal einen Denkzettel geben und vielleicht ist er auch einfach seit Monaten überspielt weil er halt einfach jedes Spiel spielt egal was passiert wenn er ein Bein verlieren würde würde er auf ein Bein noch spielen bei uns so ein Ding ist das ähm vielleicht braucht er einfach mal eine kleine Pause lass ihm mal ein Spiel raus mal gucken wie er dann reagiert und mal gucken wie die Mannschaft reagiert ja ich denke so ein Goretzka würde da nochmal ein bisschen mehr noch mehr in die Anführerrolle reinwachsen was er schon gegen Manchester United gut gemacht hat wo Kimmich da auch mal zwei, dreimal ein bisschen versucht hat einzugreifen so anweisungsmäßig aber da war ein Goretzka weiter vor man dann auch gesehen wie ein Opa zusammengefaltet hat da sieht man halt was ja Führungsspieler ist oder sein möchte und was nicht das hätte ein Kimmich halt auch machen können und ja das sind Emotionen die gehören zum Fußball dazu da kann man sich immer gegenseitig anscheißen habe ich im anderen Video auch schon mal erzählt jeder der Fußball gespielt hat der gegen Freunde gespielt hat oder mit Freunden gespielt hat weiß das wenn man Fußball verrückt ist den Ehrgeiz hat dann kackt man sich auf dem Feld an dann wird es auch mal unschön aber eine halbe Stunde nach Spielende ist das dann auch vergessen wenn man Freunde hat und die beiden haben sich danach auch abgeklatscht Opa weiß selber dass das ein bisschen leichtsinnig war wobei ich ihm da nicht die alleinige Schuld vergebe und ja ich denke so ein Goretzka kann da nochmal reinwachsen dass er da noch ein bisschen mehr den Führungspart übernimmt und ein Conny Leimer ja einfach weil er den Einsatz das Pressing und auch den tiefen Ball hat er in Vorbeidungsspielen gezeigt von dieser Position aus in die Spitze hat was ein Kimmich aktuell nicht hat wenn dann kommen seine super lahmarschigen Schippbälle die dann was bringen wenn es weder Handball rumspielen aber nicht immer so aus dem Spiel von daher würde ich einen Conny einfach im Mittelfeld bringen ja und keine Ahnung seine Leistung war jetzt nicht so mega stark gegen Manchester United ähm ist aber auch ein bisschen auch der Position geschuldet wie ich finde von daher würde ich ihn im Mittelfeld mal bringen und mir das Ganze mal anschauen und wie gesagt ich denke so ein Kimmich würde mal einfach ein Spiel wo er fit ist auf der Bank mal gut tun ja und das wäre auch mal ein Zeichen so an alle anderen in dieser Mannschaft dass man halt auch einfach mal und sei ein Spieler noch so verdient und hält sich noch so für den Gott und den Messias ähm wenn man es nicht hinbekommt das umzusetzen was der Trainer gerne möchte da muss man halt einfach mal auf der Bank Platz nehmen ich meine so ein Delirt äh ignoriert man komplett warum weiß kein Mensch hat man da auch keine Probleme mit ne von Müller brauchen wir gar nicht anfangen oder sonst irgendwelchen gestandenen Spielern aber irgendwie am Kimmich äh weiß ich nicht ich hab's in der Pressekonferenz schon mal gesagt wahrscheinlich ist es so wenn Kimmich nicht in der Startelf steht äh haut Zeus seine Blitze runter war's Zeus der mit der Blitze ich weiß es gar nicht und alle anderen Spieler fallen um so ein Ding weißt du ja naja gut das wäre meine Aufstellung äh gerne eure gerne eure Meinung äh was ihr anders machen würdet ähm klar gibt es hier Sachen über die du diskutieren kannst mit dem Mats Rui mit dem Laima ähm aber ich denke vorne die vier da gibt's nichts zu diskutieren äh die Offensive angeht Ula könnte man auch diskutieren ob man vielleicht ein Peretz mal eine Chance gibt aber wird halt auch so einfach nicht passieren und was soll man ihm jetzt da den Spielrhythmus nehmen diesen Sinne Leute rot weiße Grüße gehen raus haut rein bis dann tschüssi bis dann dann die die laute tschüssi